Wir feiern die Neueröffnung unseres Höllen-Fanshops und ihr da draußen bekommt 10% Rabatt auf alles. Mehr dazu gleich nach dem Intro. Ihr seid voll gehypt von der Höllenmaschine 8 und wollt das Projekt unterstützen? Dann habe ich hier was für euch. Und zwar die neue offizielle Fan-Kollektion. Entweder mit fettem Höllenmaschinen-Logo oder mit dezentem Team-Hölle-Wappen. Natürlich gibt es das alles in verschiedenen Größen und Farben, wie zum Beispiel dieses T-Shirt hier. Und für die ganz Harten unter euch, auch als höllisch heißer Hoodie. Das Ganze gibt es natürlich auch armfrei als Tanktop, aber sind wir ja ehrlich, das erspare ich euch lieber an mir. Halt noch nicht abschalten! Es gibt ja auch noch Snapback-Caps mit coolem eingesticktem Logo. Hier, ich setze mal gleich das von Team Hölle auf. Und nicht zu vergessen, trendige Turnbeutel. Turnbeutel. Tolle Tassen haben wir natürlich ja auch. Und noch so einiges mehr. Also, unterstützt das Höllenprojekt und gönnt euch coole Fan-Artikel aus unserem Höllen-Shop. Zum Start gibt es bis zum 25. Juli mit dem Code HM8 10% Rabatt auf alles. So viel wie ihr wollt und so oft wie ihr wollt. Den Link und den Rabatt-Code findet ihr auch nochmal in der Infocard und in der Videobeschreibung. Also, schaut gleich mal rein und schreibt uns dann in die Kommentare, wie ihr unsere Fan-Artikel findet. Und vielleicht habt ihr auch Verbesserungsvorschläge. Alles reinschreiben in die Kommentare. Ja, und ich sage Tschau, bis zum nächsten Höllen-Video. Bis zum nächsten Mal.